Hallo, ich bin die Marion, ich bin 34 Jahre alt, Inhaberin vom BB-Saison in Pfaffenhofen. EMS-Training ist für mich eine super effektive Lösung für ein effektives Training in kurzer Zeit. Da ich berufsbedingt einfach den ganzen Tag von früh bis spät im Laden stehe, ist es einfach, dass am Abend so ein kurzes Training und effektiv die beste Lösung für mich ist. Ich mache EMS schon seit einigen Jahren und seit ich hier in der Formerei bin, muss ich sagen, merke ich einfach, wie toll das ist, wenn man ein Team hat, was halt speziell auf die Bedürfnisse eingeht. Dann ist es einfach so, dass hier speziell ganz besonders darauf geachtet wird, dass man wirklich die richtige Ausführung hat, dass es für jeden persönlich immer das beste Training ist, dass immer ein bisschen mehr rausgekitzelt wird, wie man selber meint, dass man es schafft und wir haben immer super viel Spaß und wir sind mega happy, jetzt hier zu sein in der Formerei. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020